Sie haben doch schon immer von einem flachen Bauch, einer sexy Bikini-Figur und wohldefinierten festen Muskeln geträumt. Doch um das alles zu erreichen, müssen Sie unermüdlich trainieren und langweilige Diäten durchführen. Es ist ja wohl verständlich, wenn man weniger Stress und Aufwand will. Und es ist ja wohl auch verständlich, wenn man ab und zu Hunger auf richtiges Essen hat. Und es ist ja wohl auch verständlich, wenn man schnellere Ergebnisse sehen will. Mit diesem Ziel wurde Vibraton Max erfunden, um die Dinge einfacher und praktischer zu machen und schon nach zwei Wochen Ergebnisse aufzuweisen. Das ist kein Hype. Die Ergebnisse werden von drei europäischen klinischen Studien gestützt. Mit Vibraton Max nimmt Ihr Körperumfang ab, verlieren Sie Gewicht und reduzieren Sie Ihre Konfektionsgröße. Wie? Die Vibrationen stimulieren die Fettzellen, die dann in Fettsäuren und Glycerin umgewandelt werden. Diese werden daraufhin mit dem Körperschweiß ausgeschieden. Die drei europäischen Studien haben gezeigt, dass man mit nur einer 30 Minuten Trainingseinheit schlanker und fester werden kann. Und Sie werden eine noch sichtbarere Veränderung erleben an Bauchmuskeln, Rettungsringen, Hüften, Taille, Po und Oberschenkeln nach nur zwei Wochen. Ja, Sie können das Fett einfach abschütteln. Bei Vibraton Max kommt ein Hochgeschwindigkeits- Vibrationssystem zum Einsatz, das 500 bis 900 Mal pro Minute vibriert, was einen Streckreflex auslöst, der schnelle und intensive unfreiwillige Muskelkontraktionen erzeugt. Solche Ergebnisse können mit Sit-Ups und Crunches allein einfach nicht erreicht werden. Sie müssen den Gurt nur eine halbe Stunde täglich anlegen, um großartige Ergebnisse zu erreichen. Er kann beim Fernsehen, bei der Hausarbeit, beim Musikhören, am Heimcomputer und sogar bei der Arbeit im Büro getragen werden. Sie erhalten nicht nur den Vibraton Max-Gürtel, dessen positive Wirkung auf Körperumfang und Gewicht in drei klinischen Studien nachgewiesen wurde. Sie erhalten auch einen besonderen Diätplan, der Hand in Hand mit Ihrem Trainingsplan arbeitet. Dazu noch ein Maßband, damit Sie Ihre Erfolge auch mitverfolgen können. Oh, und jetzt kommt's! Sie erhalten auch noch eine praktische Reisetasche gratis, damit Sie den Vibraton Max auch bei Wochenendtrips dabei haben können. Leistungsstarker Vibrationsgürtel, Diätplan, Maßband und Reisetasche. Alles zusammen in einem Pack nur für Sie. Sie müssen nicht überzeugt werden, wie wichtig das ist. Sie wissen bereits, dass Sie in nur einer halben Stunde Gewicht oder Körperumfang oder beides verlieren werden. Vibraton Max. Der Anfang für Ihr neues, verbessertes und fitteres Leben.